Ey, was soll das denn? Oh, damit kann ich auch so'n netten Schlag machen. Boah, nee, was soll das denn? Wurde man sein Leben wieder... Ey, sowas kann ich ja nicht ab, ne? Du hast ne feste Bossleiste, denkst dir so, geil, oh Mariko, so viel mach ich und dann heilt sich ein Boss einfach wieder. Was soll das denn? Ja, wir werden Damage kassieren, man kennt's, anders geht's ja irgendwie nicht. Hey! Ja! Boah, was ist das? Was ist das denn jetzt schon wieder? Das ist so'n gefühltes Glücksspiel, ob man jetzt hier geht Damage oder nicht. Also nicht wirklich, weil mir keiner ausweichen, aber... Der Versuch ist schon so cursed, ich hab jetzt schon keine Lust mehr. Boah, was ist das denn? Ey, jeder versucht das gefühlt anders. Alter, Jungs, verpisst euch doch einfach, Mann! Lasst mich doch ran! Oh! Okay, jetzt fängt's wirklich an, dass der Boss mir auf die Nerven geht. Oh hmmm! Hmm. Äh, ja. Also, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Glück haben, I guess. Ich kann das mal kurz anders machen. Ey! Bullshit, ey. Hallo, treff doch jetzt mal. Meine Güte. So, jetzt erscheinen sie in der Middle, I guess. Ne, doch. Höh? Achso. Lustig. Okay, äh. Ja, Leute, ist okay. Was macht ihr mal? Mann! Ich stehe auch mitten in den drinnen. Das ist auch nicht das Glückste, was ich hier gemacht habe. Also. Ja, was wäre denn diese komische gelbe Sonne da auf mich pfeffern? Dann habe ich nichts gegen. Dann fetz ich halt nur weg und nehme kein Damage. Aber wenn sowas passiert, dann ist halt wieder scheiße. Ja, der wird geheilt, Alter. Das ist doch Bullshit. Das ist so ein richtiger Dark Souls 2 Bosskampf. So richtig anstrengend. Dumm einfach nur. Ja, danke, dass ihr mich auch nicht mehr rauslasst. Warum auch? Ey, was sollt man... Mann, lo... Ey. Ey. Ich komme halt nicht mehr raus. Oh, es ist anstrengend. Echt so eine lange Laufwege. Ich bin froh, dass das wenigstens kein Fall ist. Sonst PS Plus erstmal gekauft. Boah, es ist anstrengend. Okay, so wie war der erste Boss, mit dem ich jetzt echt Probleme habe. Tino-Nicht-Färben-Farben. Okay, so kompletter Müll jetzt gerade, der Run. Ja, ich würde es nicht gestorben, dann. Ja, ich würde es nicht gestorben, dann. Pesten-Logs um die Gruppe herum, bis er ein bisschen außerhalb steht. Das Problem ist ja, dass ich mir anscheinend nicht so viel Zeit lassen darf. Sonst kommt dann dieser scheiß Fluch wieder an. Das killt mich. Irgendwas killt mich immer. Mann! Diese random Angriffe, die mir irgendwo aus und aus den Bildschirms kommen oder so ab. Irgendwo da, ey. Ich bin ja voll in der Gruppe drin. Ja, schmierig ist. Da hab ich noch nicht einmal getroffen. Ich bin doch schön alleine. Klingt auch nichts anscheinend. Deine Mutter! Boah, ehrlich! Alter, ich renne doch schon weg. Boah, nee, ey. Boah, nee, ey. Ja, das ist das. Direkt an seinen Nachbarn weitergegeben. Ja, das ist das. Man, diese scheiß Feuerangriffe manchmal. Jesus, ich brauche meine Energie für diese scheiß Phase hier. Ja, ja, ich kann mich halt nicht bewegen. Mein Gott. Ja, wenn wir die Feuerteile schließen, ist es halt einfach schon auch zu spät. Ach so, was ist das denn? Ja. Ja, ist gut. Oh, ich muss mich echt immer aufregen. Das tut auch gut. Mann! Jetzt wird der Wichser hier wieder geheilt. Ey, ich fasse es einfach nicht. Ja, es entsteht dann wieder diese Wolke. Das ist doch... Das ist Bullshit. Dieser Postkampf... Jetzt lass mich irgendwo hin! Alter. Ja, keine Ahnung, wie das gehen soll. What the fuck? Ich weiß nicht, wie Leute die gesoffen haben bei diesem Boss. Wann ist das denn schon wieder? Keine Ahnung, Bruder. Ja, keine Ahnung. Hä? Oh, ich muss auch wieder pissen, ey. Oh! Ja, also ich muss halt Glück haben, dass der gut steht und dass einfach nicht so ein dummes Heilfeld da entsteht. Was soll das denn? Wenn das so schon nicht Chaos genug ist, der ganze Bruder, dann machen die auch noch so ein dummes Heilfeld. Ich fasse es nicht, ey. Soll ich vielleicht diese vier Leibwächter da mal killen? Vielleicht können die das dann nicht mehr. Ich weiß es nicht. Aber die können mich auf jeden Fall dann noch verfluchen, weil das machen ja irgendwie so andere Dullis da hinten. Keine Ahnung, Mann. Bleib einfach stehen und lass seine Diener auf sich zukommen. Er selbst bewegt sich kaum. Dann steht er abgesondert da und du musst nur noch um die Gruppe herumlaufen. Wenn der Flug beginnt, musst du die Leute um ihn angreifen. Dann geht der Flug weg. Okay, okay. Ich versuch's mal. Ah, ah, ah. Das sind schon die, die auch diesen Himmel da machen, ne? Den Himmel machen. Alter, je... Warte. Mann, wir gibst... Was? Ich geh pissig. Ah, meine Güte. Was? Vielen Dank. Ah, so. Ah, das ist ja alles, das ist doch alles warschig. Wenn wir den Boss heute schaffen, ist schon alles irgendwie geschafft, was ich heute schaffen will. Keine Ahnung, man. Ich bin seit zwei Stunden, Alter. Ich habe einfach nichts geschafft. Ich habe ein bisschen Abkürzung hier gebaut und den Boss irgendwann mal nach einer Stunde oder so gefunden. Ah, ich mag die Kathedrale nicht. Dummer Boss und auch einfach unfassbar verwirrender Aufbau hier. Das ist alles nicht mein Jam hier. Aber gut, da müssen wir halt durch, ne? Ah, ja. Toll. Ja, ein bisschen weniger Leben für den Boss. Ich lieb's. Ich bin ein Pferd. Ich bin ein Pferd. Jetzt greift mir hier wie keiner an und keiner macht Feuerbälle. Finde ich nett, aber ich checke es nicht. Jetzt fangen sie an. Wer hat es jetzt noch da? Ja, genau, Freunde. Du dumme Drecksau, ey. Weglocken erstmal, ne? Eh wieder heilen. Okay, dann steht er da so ein bisschen abgesondert, das stimmt tatsächlich. Ja, okay. Okay, es... Mann! Oh! Dieser dumme Feuerzaube. Mann! Das ist doch noch lächerlich, ey. Okay, es funktioniert prinzipiell ganz gut, aber ich habe trotzdem Angst vor dem Fluch, wenn der gleich wieder kommt. Ich bin jetzt irgendwie mit euch. Weg, 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 weg will ich. Ah. Jetzt nicht mal... Ja, genau. Ich habe es erfasst. Boah, ja, fantastisch. Ah, das ist doch alles. Das ist doch alles. Ah. Alter, ich meine, ich bin immer so lächer, weil ich bin nicht in der Verfassung dafür. Ja… Ach... Ach... Ach! Ach! Ach, ach! Mann ey, es ist so ein Glücksspiel. Ja, jetzt geht's wieder los, dass wir einfach mich random schon direkt fertig machen hier. Ist denn das weh? Jetzt sieht man, dass die ganze Zeit schon irgendwelche Damagede Leute den Fluch kriegen, eine Krankheit, ein paar Aids oder was auch immer das ist. Ja, cool, dass ich jetzt nicht an ihren rankomme auf jeden Fall. Ey, zwei von denen sind tot, I guess. Frage, ob es was bringt. Kann ich euch nicht beantworten. Weil ich auch nichts sehe. Mann! Fettsack! Steht doch nicht dumm in der Gegend rum. Boah, Junge. Ich weiß nicht, wo das Ding hin ist. Boah, steht da erstmal fett in der Gegend rum. Ich fasse es nicht. Ja, jetzt geht's wieder los und ich weiß... Ja, was mach ich jetzt? Ah, okay, ich muss wirklich... Boah, geht mir das auf die Eier, muss so viel gleichzeitig machen. Boah! Oh! Oh! Das Blödschirm, sie ist tot. Danke! Vielen lieben Dank. Ja, ich glaub ich mach heute sechs Folgen, also ich heiz glaub ich nicht länger aus. Ja, geil. Jetzt geh ich da mal mit. Kante fest. Habe ich jetzt kein Damage genommen? Das ist gut, I guess. Das ist einfach scheiße. Kann man nichts anderes sagen. Ja. Ja. Ah, ich pack den heute schon irgendwie. Kannst du dich bitte verpissen? Oh mein Gott. Noch drei Versuchen. Ne, nichts noch mehr. Man, dieses Feuer. Vorhin hat es voll lange gedauert, bis der Erste sein Feuerzauber gemacht hat. Und jetzt ballern die es wieder so raus, wie so... Wissigkeiten an Heiligabend, das war schon an Halloween, würde ich sagen. Ah! Du bist cool, du stehst hier jetzt nur ein bisschen abseits. Bei dem Einfachsefon waren die nicht so aggressiv. Die sind mal aggressiver und mal nicht. Ich raff's nicht. Ich muss mir die Gelegenheit wirklich immer an killen, aber mal so ein paar von den Dullis hier. Vielleicht hilft mir das, weil die halt wirklich gefühlt nochmal nochmal dicker sind als die anderen. Die gibt's ja weg. Und ja, Feuer-Kombo. Feuer-Kombo ist räudig. Sagen wir mal, wie es ist. Ne Ahnung, ich versuche jetzt hier, mich mal platz zu machen. Das ist ja Blödsinn, der unterbrochen wird, ey. Das ist ja Blödsinn, der unterbrochen wird, ey. Nein. Wie hat mich jetzt trotzdem getroffen? I call Bullshit. Warte mal, dann kann ich die mal gleichzeitig dran machen, ja. Ja, oder auch nicht. Jetzt erhielt mich der Boss auch schon, was ist das denn? Boah, ist das alles blödsinnig hier. Ich fühle mich sicher, wenn die tot sind. Ja, jetzt machen wir uns alle wieder. Was ganz Modernes. Bam! Ich komm nicht klar. Alter, der Boss ist so beschissen. Alter, es ist so viel auf einmal, was man mal achten muss. Man hat einfach keine Chance, hier anzuarbeiten. Weg, irgendwie. Ich wusste, dass ein Feuer kommt. Ich wusste es einfach. Boah, ist das ein Bullshit. Ehrlich. Meine Frisse, ey. Weg, 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 du. Hund. Jetzt geht's wieder los, ne? Schon scheiße, wenn man keiner Ausdauer hat. Weg, irgendwie. Ich hab keinen Estus mehr. Ich komm halt nicht an den Rand, weil die immer irgendwas machen. Immer machen die irgendwas. Ja, toll. Ich bin auch fast tot. Ich würde gerne, wie gesagt, einmal testen, wie das ist, wenn die tot sind. Ob das so richtig aufhört. Aber das werde ich wahrscheinlich niemals erfahren. Ja, okay. Jetzt reicht dann einst du Kind tatsächlich. Wie es mir scheint. Aber irgendwas ist halt immer. Das ist so das Motto des Bosses. Irgendwas ist immer. Das ist so das Motto des Bosses. Dass du nicht an diesen dreckigen Scheiß Boss rankommst. Nee, ich mach den Boss jetzt. Ich will den jetzt weg haben. Das ist leider... Ich kann nicht einfach gehen. Das krieg ich nicht hin. Das ist anstrengend. Boah, nee, ey. Das ist anstrengend. Boah, nee, ey. Ich bin einfach weg. Das ist doch alles nie mehr weg. Das ist so dumm. Mann. In der Stelle. Was denn? Hey. Bullshit. Mit 5 Estos da rein. LOL. Wie soll ich das denn schaffen? Bullshit. Bullshit. Wo ist er hin? Ja, ja, komm, killt mich. Ganz ehrlich, das bringt doch jetzt wieder nichts mehr. Boah, ist das eine Scheiße, Mann. Das macht keinen Spaß. Dieser Boss macht keinen Spaß. Ja, das macht einen. Was ist das? Bleib mal hier stehen. Nur den Damage von dem komischen Wichser da gekriegt. Von dem Kleinen. Von dem Kleinen. Von dem Kleinen. Was denn? Was war das denn jetzt schon wieder für eine Scheiße? Ja, scheint er ja schon. Ja, ist irgendwie nicht der Boss, den ich gerade treffe. Warum stehen die jetzt alle schon wieder so beschissen um den Boss rum? Muss das sein? Ja, bitte noch mehr, ja bitte noch mehr Feuerbälle gleichzeitig in mein Gesicht. Ja, es ist genau mein King. Ich steh auf so ne Scheiße. Boah. Ja, spring mir ins Gesicht, du Fotze ey. Boah. Boah. Wer geht jetzt, dass sie hier Scheiße machen? Mann. Ey, das ist Bullshit. Boah. Nee ey. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich will irgendwo ein Lagerfeuer näheres. Wenn ich nicht immer wieder durch diese Scheiße da muss. Einfach 10 von 10 dumm ist. Boah. Boah. Nee ey. Ich will nicht mehr. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Meine Fresse, diese Stelle ist so dämlich Nein, ich habe direkt schon 5, nur da kann ich es doch eigentlich schon vergessen, Sondern es ist doch eigentlich schon vorbei. Okay, das ist wunderschön. Toll, versammelt ihr euch da jetzt alle. Was mich auch übel abfuckt, ist, dass ich den halt... Oh, dass die Kamera halt einfach mal so eine komplette Scheiße ist. Und ich ständig daneben haue. Und ihr habt auch unfassbar. Weil auch den anzuvisieren halt einfach übel scheiße ist. Ja, ist da so eingekerkert wieder. Was denn? Boah, Leute, ey. Sekunde in Frieden, ey. Okay. Ja, okay. Da bin ich jetzt nicht gelaufen irgendwie. Ich geb's dazu. Ja, super. Alles macht Damage. Ich hab keine ruhige Sekunde, Mann. Ja, ist wieder geheilt. Geh, 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 Geh. Weg mit die... Mann! Oh, immer dieses Random-Feuer, was von irgendwo an geschissen kommt. Ey, ehrlich. Ich krieg den Boss nicht hin. Ich weiß nicht, was das soll. Ich kann doch nicht immer fünf Stunden warten. Was denn? Ihr seid doch alle mit dieser Scheiße beschäftigt. Warum trifft mich irgend so ein hässliches Feuer? Oh, ehrlich. Ich... Es geht gar nichts mehr gerade. Der kommt einfach nicht mehr raus aus seiner bekackten Scheiß-Mitte da. Meine Güte. Mann! Ja, und nochmal die Scheiße. Bitte. Mach's noch öfter. Mach's fünfmal am Tag, bitte. Boah, ich kann das alles nicht mehr. Was ist das dämlichst? Boah, Kamera. Ehrlich. Du bist auch überhaupt absolut gar keine Hilfe in dieser Scheiße hier. Mann, ja. Er ist einfach der dümmste Boss, den ich seit langem erlebt habe. Also, keine Ahnung, was sie hier gesoffen haben. Warum alles nerven muss hier. Weil man diesen bekackten Scheiß-Wichser da nicht drankommt. Ganz ehrlich, mit dieser reinen Yeet-Methode, das hat bisher am besten funktioniert. Ich glaube, das mache ich wieder. Ich scheiß auf dieses Ablenken. Das hilft nicht. Das hilft nicht. Weil die dann, weil ich dann immer warte und die ständig irgendeine Scheiße machen und der geheilt wird in der Zeit. Und das ist alles furchtbar. Das ist alles absolut furchtbar. Boah, nee, ey. Das war das furchtbarste in Dark Souls 2. Diese dummen Bosse mit irgendwelchen Minions dabei. Keiner fand die geil. Warum bauen die denn hier schon wieder ein? Was soll das denn? Fucking Rattenkönig da, ey. Jeder hat ihn gehasst. Ja, jetzt kriegen wir mal bei- Ja, genau. 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 Boah. Boah, ja. Also, ich kann kotzen. Ich weiß ja jetzt zumindest, was ich machen muss, wenn die halt ihren Scheißzauber da starten. Oh, ja. Jetzt. Ja. Boah. Dieses Kackfass festhängen an den Hitboxen. Boah, ich spiele jetzt so beschissen Hitboxen. Fucking Dark Souls. Oh, ich fange mich schnell an, mich alles abzufacken, ey. Boah, nee, ey. Ich wollte es aufnehmen, weil es still war. Ich konnte mich die ganze Zeit am aufregen. Wann war es nicht still? Ahhhh. Geh auf zu den gemutet? Das wäre lustig. Ja, kommt direkt dahin geschlossen. Okay. Was ist das denn? Oh, nett. Das ist die Kamera immer so 90 Degrees zieht, wenn ich an diesen dummen Säulen vorbeilaufe, ne? Ich verstehe warum sie es tut, aber es ist trotzdem scheiße. Okay. Der andere ist da reingelaufen. Okay. So. Yeeting ist the best option. Das liegt auch nur, wenn die anderen Dullis da sind. Bin ich Hilfe. Ja, einmal so eine Dreier-Kombo vielleicht einfach nur machen. Was? Wo hänge ich denn jetzt mit Schwierfreien fest? Dark Souls und Hitbox, ne? Es ist immer wieder ein absolutes Vergnügen, ehrlich. Äh, okay. Bin abgebrochen aus irgendeinem Grund. Bin ich jetzt nicht böse drum? Ja, okay. Wir haben nämlich diese Sonne. Das ist fein. Das macht halt nix. Okay, so ein bisschen weg müsste er jetzt doch mal tatsächlich. Oder müssen wir es mal irgendwie Raum geben. Das ist halt auch nichts. Der ist aber noch komplett da verschanzt, Alter. Ja, genau. Ja, hallo. Ich würde ihn auch gerne mal wieder angreifen. Wenn er mal nicht komplett verschanzt ist. Holy shit, Alter. Was war das denn jetzt schon wieder? Na, ganz ehrlich. Man sieht es ja gerade. Reingeaten ist die beste Option. Äh, jetzt kommt leider die Scheiße. Man muss jetzt einmal Glück haben. Ah, Mann, weg. Jesus Christ, ey. Ja, einfach reinlaufen. Funktioniert am besten. Erbe des Feuers zerstört, okay. Ohne fucking Trophäe. Boah, Alter. Alter, wie lange saß ich jetzt dran? Das ist ja unnötig. Ich hätte einfach nur rein yeaten sollen. Das ist die beste Methode. Leck mich doch am Arsch. Kannst du das normal machen? Gerne. Warte, ich mach hier die Leuchtfeuerscheiße des Tages 2, als wenn die Bosse wiederholt. Hat es ja gesagt, was du gemacht hast, was du gemacht hast. Ja, du hattest recht, ne? Das war tatsächlich der Versuch. Boah. Ah, jetzt rege ich mich so ein bisschen darüber auf, dass ich nicht vorher einfach gesagt habe, rein yeaten, weil das ja am Anfang eigentlich auch am besten funktioniert hat. Da kam ich am weitesten. Wie gesagt, wenn man den weglockt, also ich verstehe den Sinn dahinter, weil er natürlich freiere Laufbahn hat. Und vielleicht funktioniert das auch für andere Leute, aber für mich nicht, weil die anderen Leute dann ständig anfangen, irgendwann irgendwelche Spells zu casten. Äh, ja. Spells anzufangen, die musst du dann unterbrechen und dann willst du wieder warten und dann kommt da schon wieder was anderes an. Und wenn du einfach die ganze Zeit rein yeatest und im Zweifel die anderen mittriffst, die irgendwelche Zauber anfangen, dann geht das eigentlich ganz gut. So zwei, dreimal reinschlagen und dann raus. Wie geht's gut? So, jetzt wo wir wieder auf Geschicklichkeit sind hier, Bam. Einfach Geschicklichkeit, leck mich am Arsch. Ah, ich glaube die meisten würden den aber auch ein wenig später bekämpfen. Tja, ich habe es vorher gemacht, I don't fucking care. Jetzt können wir auf jeden Fall erstmal die Folge beenden und ich gucke mal ganz fix, welche Folgen ich jetzt aufgenommen habe. Ich glaube fünf sogar schon. Oder vier, ach, ich weiß nicht. Bis zum nächsten Mal auf jeden Fall. Tschööö.